Seit Menschengedenken werden Metalle, Kohle und Öl aus den natürlichen Vorkommen der Erde gewonnen. Unser Planet war über Jahrhunderte die einzige Quelle von Rohstoffen. Durch steigende Bevölkerungszahlen und wachsenden Verbrauch sind wir jedoch an einem Punkt angelangt, an dem die natürlichen Vorkommen der Erde mit unserem Bedarf nicht mehr Schritt halten können. Recycling ist zur Rohstoffquelle geworden. Ressourcenschonend und energiesparend. Beim Recycling werden im Vergleich zur Metallgewinnung aus Primärrohstoffen riesige Mengen Energie eingespart. Für die Rückgewinnung von beispielsweise Aluminium werden im Vergleich zur Gewinnung aus natürlichen Rohstoffen 95 Prozent der Energie eingespart. Recycling ist daher heute ein wichtiger Teil unserer Industriegesellschaft. Gerechtes Recycling ist nicht nur eine gesetzliche Aufgabe. Damit stellen wir uns auch unserer Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen. SIMS Recycling Solutions ist Pionier auf dem Gebiet des Elektronikrecyclings. SIMS verfügt über Elektronikrecyclinganlagen in Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Asien und ist damit weltweit Marktführer beim Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Durch ständige Weiterentwicklung von Prozessen und Anlagen kann SIMS heute eine einzigartige Vielfalt an Technologien anbieten. SIMS war das erste Unternehmen, das aus Altgeräten Bildschirmglas zur Herstellung von Bildröhren herstellen konnte. Mit einer einzigartigen Anlage zum Recycling von Tonerkartuschen ist SIMS seit vielen Jahren Marktführer. Neben den hohen technischen und ökologischen Standards stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden dabei immer im Mittelpunkt des Handelns. SIMS bietet für Produzenten, Industriekunden und Sammelsysteme maßgeschneiderten Service. Produktregistrierung Zunächst erfolgt die Registrierung des Produktes und der Seriennummer. Damit kann SIMS den Kunden exakte Informationen zu den zurückgenommenen Produkten und deren Mengen zur Verfügung stellen und die Vernichtung nachweisen. Sichere Lagerung Wertvolle und diebstahlgefährdete Produkte werden in gesondert gesicherten Bereichen gelagert und verarbeitet. Auf Wunsch bietet SIMS die Vernichtung von Waren im Beisein von Kunden oder von Behörden wie zum Beispiel der Zollbehörde an. Wiederverwendung von Produkten und Komponenten Maßgeschneiderte Programme für Erfassungslogistik, Registrierung, Produktprüfung, Lagerung und Recycling sind Teil des breiten Serviceangebotes von SIMS. Erfasste Daten über Produkte, Mengen und erfolgte Behandlungen werden dem Lieferanten auf Wunsch über das Internet zur Verfügung gestellt. So haben namhafte EDV-Hersteller SIMS mit der gesamten Abwicklung von Gewährleistungen und Warenrücknahmen beauftragt. SIMS prüft, ob das Produkt wirklich defekt ist, ob ein Gewährleistungsfall tatsächlich vorliegt und somit ein Garantieanspruch besteht. Hersteller von Telekommunikationsausrüstung liefern Anlagen zurück an SIMS. Anlagen und Komponenten werden registriert und online an den Kunden gemeldet. Der Kunde entscheidet, welche Teile für die Wiederverwendung ausgebaut und eingelagert werden. Für die Bearbeitung und Verpackung stehen spezielle antistatisch ausgerüstete Räume zur Verfügung. Auf Wunsch schließen Versand und Auslieferung der wiederzuverwendenden Produkte den Prozess ab. Alle nicht zur weiteren Verwendung bestimmten Produkte werden dem SIMS Recyclingprozess zugeführt. Ein ausführlicher Bericht kompletiert die Serviceleistung. Zum Recycling bestimmte Produkte werden zunächst von Schadstoffen befreit und für die maschinelle Aufbereitung vorbereitet. Es folgt die nächste Stufe des Recyclingprozesses. Schreddern und Trennen. Mittels hocheffizienter modernster Zerkleinerungs- und Separationsprozesse werden Produkte gewonnen, die als hochwertige Sekundärrohstoffe an Verarbeitungsbetriebe auf der ganzen Welt geliefert werden. SIMS schließt den Kreis. SIMS ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Unternehmen. Alle betrieblichen Prozesse und Verfahren sind im Einklang mit nationalen und internationalen Vorschriften und Normen. Der Schutz der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter genießt allerhöchste Priorität. SIMS Recycling Solutions – hochwertige Lösungen und bester Kundenservice.